Hey, jetzt sind wir nach 19 Stunden Fahrt mit zwei Bussen und einer Fähre im Bus Amway gelandet und dort haben wir erstmal ein bisschen entspannt gearbeitet. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt sind wir schon auf der Fähre nach Kopenhagen, auf die nächste Insel. Genau, und Kopenhagen ist berühmt für seine Full Moon Partys. Da Full Moon aber erst wieder nächsten Monat ist, wurde uns gesagt, dass es da relativ wenig los sein wird. Und wir sind sehr gespannt, was uns da erwartet, ob das wirklich so ist. Wir werden sehen. Also ab nach Kopenhagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal, was wir auf unserem Heimweg entdeckt haben. Ein riesen Baum. Ja, um genau zu sein, den zweitgrößten Baum in ganz Thailand, wie wir hier auf dem Schild gerade gelesen haben. Der soll 400 Jahre alt sein. 400 Jahre und wie, 54 Meter hoch? Ja, und die Bäume heißen Yangnayae Bäume und sind überall in Thailand zu finden, aber das hier ist halt der älteste und zweitgrößte in ganz Thailand. Voll krass und voll viele Bienen-Sperme sind da oben. Am liebsten würde ich den umarmen. Mach doch. Und die ganze Energie aufsaugen. Wahnsinn. Mach doch. Dann ist er abgesperrt. Ja, das machen die. Dann ist er heilig. Na gut, dann weder. Und er hat im Garten noch einen stehen, den er größer empfindet. So, jetzt sind wir auf der nächsten Fähre nach Kotao. Ja, Kopenyang war sehr schön. Das waren zwar gefühlt oder war ein Tag oder vielleicht zwei zu wenig. Hätten vielleicht gerne noch ein bisschen mehr gesehen, aber es waren sehr schöne Inseln. Nicht so viel los wie auf Koh Samu. Nicht so viele Hotels. Sehr, sehr schöne Landschaft. Sehr, sehr bergig, aber wunderschön. Und der absolute Hammer ist, wir hatten ein Frühstücksbuffet in unserem Hostel. Und das war das erste Mal. Ja, das erste Mal wieder so ein richtig schönes Frühstück seit Deutschland. Ja. Das war echt geil. Ja, und jetzt geht's weiter. Wie gesagt, nach Kotao. Und wir sind schon ganz aufgeregt. Ja, denn auf Kotao erwarten wir uns was ganz Besonderes. Das sind übrigens Sophie und Wiebke. Aus Münster. Deutsche. Und das Besondere, was wir jetzt auf Kotao machen, ist ein Tauchkurs. Wer hätte es gedacht. Die Insel mit den meisten Tauchschulen, da machen wir einen Tauchkurs. Ja, ja. Also naja, wir haben den ja erst auf Bali geplant, dass wir den erst in Indonesien machen. Aber jetzt haben wir den doch schon vorgezogen, weil A ist er günstiger und B haben wir die Möglichkeit dann überall anders auch tauchen zu gehen. Genau. Wir machen nämlich so ein richtiges Zertifikat. Vier Tage lang und am Ende dürfen wir auf der ganzen Welt tauchen gehen. bis 18 Meter tauchen gehen. Und da uns auf dem Weg noch sehr viele Orte begegnen werden, wo man das schön machen kann, haben wir gedacht, es macht eigentlich viel mehr Sinn, das jetzt am Anfang zu machen, damit wir uns dann da nicht jedes Mal ärgern, dass wir nicht tauchen können. Und dann das Geld, was wir hier sparen für den Tauchkurs, können wir dann benutzen, um uns anderswo was zu leihen. Also das macht einfach nur Sinn und deswegen machen wir jetzt einen Tauchkurs. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir beide haben sehr schlecht geschlafen, weil wir auch ultra aufgeregt sind. Was ist heute so erwartet? Und weil jetzt voll die Sauna oben im Zimmer ist. Keine Klimaanlage. Nur Ventilator, ja. Ja, jetzt frühstücken wir erstmal, stärken uns und dann geht's an den zweiten Theorie-Teil. Und danach geht's das erste Mal ins Wasser. Ins Plan schmeckend. Ja, ins Flachwasser. Noch nicht tief. Aber ich bin trotzdem voll aufgeregt. Ja, ich auch. Aber es wird bestimmt cool. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich auch. Da habe ich aber ganz schön Angst. Aber die wird mir heute ein bisschen genommen. Gehe ich von aus. Das ist Mr. White übrigens. Mrs. White oder? Nein, Mr. White. Das ist Mr. White. Das ist Mr. White. Hallo. Du bist doch Mr. White, oder? Na klar. Du bist aus wie ein Mr. White. Das sehe ich noch. Aber es ist eine Katze, kein Kater, aber trotzdem Mr. White. Ach so, okay. Das Kind ist fleißig am Lernen. Heute ist Prüfung angesagt. Und fühlst du dich schon bereit? Natürlich. Natürlich. Hast du fleißig gelernt? Ja. Die ganze Nacht. Oh, das ist ja schon der Prüfungsbogen. Ja, ist ja locker hier. Mit Buch. Mit Buch. Sollst du es schaffen, ne? Ja. So, wir laufen gerade aus dem Hafen aus. Ja, das ist das zweite Mal. Ja, heute ist der zweite Tag. Oder ist halt der dritte an sich? Ja, aber der zweite Tag, wo wir wirklich ins Wasser gehen. Ja. Und wir haben gestern eine Menge gelernt, aber trotzdem ist heute die Aufregung wieder da. Ja, das stimmt. Weil es ist halt irgendwie... Es ist schon ziemlich krass, so tief unter Wasser zu gehen und zu wissen, dass man nicht einmal wieder auftauchen kann. Und heute geht es noch tiefer als gestern. Gestern waren wir 6 Meter. Heute werden es... 12, glaube ich. 12 Meter, ja. Eventuell auch 18. Also 12 bis 18 geht unser Kurs. Eventuell machen wir es heute schon, aber ich glaube, wir gehen heute nur auf 12. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Das ist schon wieder ganz cool. Und mal sehen, was wir für Fische sehen. Weil gestern haben wir ganz viele kleine süße Fische gesehen. Ja. Wir werden ja unbedingt Schildkröte sehen. Wie macht ein Schildkröte? Ja. 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 die Tage. Wir sind durch irgendwelche Schwärme durchgeschwommen. Ja, Barracuda-Schwärme. Genau. Dann hatten wir Salben, das sind solche Art Quallen, die sind überall um uns herum geschwommen, aber die sind nicht gefährlich. Und dann haben wir einen Rochen gesehen. Ein Blaupunkt-Rochen. Genau, der hatte nämlich ganz viele Blaupunkte gehabt. Das war ganz cool. Und dann hatten wir noch, wie hieß der? Trigger-Fisch. Trigger-Fisch, der ist so groß und der kann auch mal aggressiv werden, wenn er da zu nah kommt. Ja, dann gibt es da wie Klappfische oder wie heißt er? So ganz viele bunte Fische gibt es da unten und die Korallen sind ultra geil. Also es ist mega schön hier in der Gegend. Es gibt echt coole Tauchplätze. Ganz viel zu sehen. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und... Es ist eine Hammer-Erfahrung, so unter Wasser zu atmen und man fühlt sich wie ein Fisch. Ich hatte viel, viel, viel mehr Angst und die war gar nicht begründet, weil zum Schluss ist es wirklich, wie Sie sagen, durch das Wissen, was man erlangt, verliert man so die Angst. Den Respekt sollte man nie verlieren, aber ich habe mich voll sicher da gefühlt. Man muss sich halt immer an die Regeln halten und dann kann eigentlich nichts passieren. Nicht übermütig werden, nicht panisch werden, dann kann man nicht viel falsch machen und... Immer atmen. Immer atmen und denken. Richtig. Ne, das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, sollte dies auf jeden Fall in Angriff nehmen. Auch wenn, egal wo man dann hingeht, die Tauchkurse auch oder die Tauchgänge dann teuer sind, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist eine ganz, ganz andere Welt und ein ganz anderes Gefühl, auch so zu schweben sozusagen. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Definitiv. Und ja, man sieht Dinge, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt und das ist halt immer geiler, live zu sehen als auf einem Bildschirm. Genau. Also, die Inseln haben sich ja auf jeden Fall gelohnt und auf jeden Fall auch Kutau. Ja, Kutau haben wir jetzt eine echt entspannte Zeit. Genau. Also, super Zeit.